Bevor ich euch in die Sommerferien entlafte, das geht nicht so einfach, müsst ihr noch eine Frage beantworten. Und zwar sind wir hier beim Sachsen-Fahrgott. Wenn die Wurzel von 3 hoch 3 mal 17 ist, was ist denn die Wurzel von 4? Ja, keiner? Ah, Dürker! Äh, ich hab mich nicht gemeldet. Wie bitte? Äh. Ich hab's nicht verstanden. Äh. 7. Mein Gott, ich erklär's den 5 denn mal. Die Wurzel von 4 ist 2. Richtig. Und ihr lernt anscheinend nicht. Bin ich hier der Einzige, der hier was macht? Oder seid ihr alle, dass ihr hier nicht beteiligt? Will Frau Müller was fragen? Sein Finger geht hoch. Wenn ich nix ragt. Sein Finger geht hoch. No. Im Matheunterricht. Sein Finger geht hoch. Und ich check wieder nichts. Sein Finger geht hoch. Oh. No. Komm, verrat mir doch die Antwort. Ich befinde mich in Not. Oder komm mit um die Ecke und ich klau dein Pausenbrot. 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 Denn bei Strebern, so wie du es bist, seh ich direkt rot. Habitur oder was? Der Typ ist n Spaß. Derjenige, der im Unterricht immer alles ragt. Ich bin es leid, denn die Domheit, die quält mich. Und seine Selbstgefälligkeit ist einfach unerträglich. Eins plus, zwei plus, noch heute mal noch. Ich denk nur, Mann, was für ein Arschloch. Äpfel am Start für die Lehrerin. Mann, bin ich froh, dass ich kein Streber bin. Lieber cool und dumm als klug und lauf. Denn ein Spicker ist alles, was ich brauch. Dann verpetzt er mich und mein Spicker ist weg. Angstzustände, weil ich wieder nix check. Wieso hab ich nicht gelernt? Jetzt wend ich gern wie er. Ich seh die sechs kommen. Wie gewohnt zu zerrollen. Will Frau Müller was fragt? Sein Finger geht hoch. Wenn ich nix frag. Sein Finger geht hoch. No. Im Matheunterricht. Sein Finger geht hoch. Und ich check wieder nix. Sein Finger geht hoch. No. Komm, verrat mir doch die Antwort. Ich befinde mich in Not. Oder komm mit um die Ecke. Und ich klau dein Pausenbrot. 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 Denn bei Strebern, so wie du es bist, seh ich direkt rot. Ich bin so unglaublich schlecht und er so unglaublich gut. Er kennt jede Antwort und ich koche vor Wut. Frau Müller nimmt mich dran und ich werd direkt panisch. Ich schwöre nur Olla, denn ich versteh nur Spanisch. Ich hasse mich, denn ich bin nicht perfekt. Also geh ich zu dem Jungen und klau sein Baguette. Ja, ich hab seit Pausenbrot, denn ich bin ein Hater. Nix zu fressen wie ne Kuh in Jamaika. Gras. Ey, Digga, das ist hart. Nerven wie Herbst an ihren Damenbart. Die Sommerferien riefen mich doch erhob. Sein Finger hoch. Sein Finger hoch. Sein Finger hoch. Was für ein Idiot. Will Frau Müller was fragt? Sein Finger geht hoch. Wenn ich nix rach. Sein Finger geht hoch. Oh, oh, oh. Ha, ha. No, no, no. Im Matheunterricht. Sein Finger geht hoch. Ich check wieder nichts. Sein Finger geht hoch. Oh, oh, oh. Ha, ha. No, oh, oh. Ha. Komm, verrat mir doch die Antwort. Ich befinde mich in Not. Die Antwort. Oder komm jetzt um die Ecke und ich klau dein Pausenbrot. Pausenbrot. Dein Pausenbrot. Dein Pausenbrot. Dein Pausenbrot. Nur bei Streben, so wie du es bist, seh ich direkt rot. Sein Finger geht hoch. Ey, Bruder, ist das ernst? Sein Finger geht hoch. Ey, ich will die verdammten Sommerferien machen. Dick, was machst du da? Was machst du da? Sein Finger geht hoch. Sein Finger geht hoch. Dicker. No. Ey, ganz ehrlich. Sein Finger geht hoch. Mein Finger geht hoch. Sein Finger geht hoch. Meine Finger gehen hoch. Sein Finger geht hoch. Meine Finger gehen hoch. Oh, yeah. Du Bastard. Was ist an und es war so hard, der... Wehe, du klickst weg. So, das war unsere Version zur Ape Crime Single Füße hoch. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Wenn du hier hinkriegst, boom, kommst du zur Originalversion von den Apes. Und wenn du hier hinkriegst, kommst du zu meinen anderen Videos. So Musik, Sketche und alles drum und dran. Und wo du gerade schon da bist und gerade hier am chillen bist, dann hast du... Dann lass doch einfach mal so einen Daumen hoch, so. Wäre ganz cool von dir, so. Wenn du zum allerersten Mal hier bist, dann... Ey, was geht ab. Wenn du zum allerersten Mal hier bist, dann abonniere auf jeden Fall diesen Channel und werde Teil der Familie Touloulou. Wir sind immerhin schon 64.000 Mitglieder. Und ja, was soll man noch sagen? Nächste Woche kommt ein neuer Track von mir und meiner neuen Band Dings. Ja, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann auf jeden Fall auf diesen kleinen süßen Knöpfchen drücken, wo Abonnieren draufsteht. Dann sehen wir uns auch immer wieder. Ist auch gar kein Problem. Aber das war auch schon zu viel Bullshit, was ich geredet habe. Ja, ich würde sagen, ich bin draußen. Ich bin Joe Cthuloulou, a.k.a. The Fresh Prince of YouTube. Und das ist mein Kamm. Hahaha.